Die PSG Chemie in Leipzig und der neuen Trainer André Schönitz Betritt in folgender Aufstellung dem Platz, mit der Rücknummer 20, neu im Team, aber schon in der letzten Saison gesehen, Robert Sträter, der Torwart der Leutscher Mit der Rücknummer 3 betritt im Platz Lukas Rieger, mit der Rücknummer 5 Matthias Frote, mit der Rücknummer 7 David Reich Ein neuer Spieler im Fader, mit der Rücknummer 9 Stefan Kriter, kommt vom SV Naunhof und wird bei der WSG in Zukunft den Angriff unterstützen Mit der Rücknummer 10 betritt Hannes Vogt den Platz, Markus Wolf trägt die Rücknummer 5 EPSG thieves, hast du vom Leben eine Schinke geben, hast du vom Leben eine Schinke geben, doch wir geben wir dir zurück Oh, ja, 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 ja. Musik Oh! 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 Applaus 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 Vielen Dank. Musik Dafür kommen Marco Blank mit der Rücken Nummer 8 und Michael Schering mit der Rücken Nummer 17. Beifall bei der Rücken Nummer 8 und Michael Schering mit der Rücken Nummer 8 und Michael Schering mit der Rücken Nummer 8 und Michael Schering mit der Rücken characters. Die Leute, die Leute, die Leute! Die Leute, die Leute, die Leute! Die Leute, die Leute, die Leute, die Leute! 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 Die Leute, die Leute, die Leute! Die Leute, die Leute, die Leute! Die Leute, die Leute! Die Leute, die Leute! Die Leute, die Leute! Die Leute, 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 die Leute, die Leute, die Leute! Die Leute, die Leute! Die Menschen, die Leute! Applaus 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 Lanzi Lanzi Applaus Landi Lanzi und Wies Lanzi Quatsch